moin leute was geht hier ist wieder der geist in dem heutigen video möchte ich euch ganz kurz zeigen oder beziehungsweise erklären wie ihr in der neuen season direkt den epischen sieg hängegleiter bekommen könnt leute das ist sehr sehr einfach und zwar braucht ihr dafür einen zweiter count beziehungsweise einen neuen account der noch keine runde gespielt hat leute was ihr da macht ihr legt den in eure gruppe ein denn in fortnight ist es so dass wenn man sich einen neuen account erstellt hat dass die allererste runde die man spielt gefühlt mit bots ist also falls ihr das da macht ihr euren account einlädt den ihr neu erstellt habt sucht zusammen eine runde und die lobby wird nur voller bots sein ganz wichtig dabei ist leute falls ihr dann der runde gejoint seid dann verlasst diese runde bitte direkt sofort mit dem zweiter count weil dieser sonst levelt und ja die nächste runde die ihr dann spielt ohne bots sind das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen falls ja schreibt es mir in die kommentare lasst auf ehre ein like und ein abo da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video ciao